Herzlich willkommen in der naturärztlichen Praxis von Frau Heidi Tolo an der Bahnhofstraße 2 in Piterlen. Sie finden hier ein breites Spektrum an alternativmedizinischen Diagnose- und Therapiesystemen. Die Praxisinhaberin ist bei den Krankenkassen mit Alternativmedizin-Zusatzversicherung anerkannt. Delta Scan erfasst das energetische Schwingungsmuster des Patienten und zeigt Abweichungen von der Norm. Es untersucht viele Organbelastungen und Funktionsstörungen. Das Außergewöhnliche daran ist die bildgebende Untersuchung. Anschließend wird therapiert. Bioresonanz basiert auf der Lehre der Akupunktur und ist seit über 20 Jahren auf der ganzen Welt etabliert. Behandelt werden Allergien, Heuschnupfen und Nahrungsunverträglichkeiten, Umweltbelastungen, Kopfschmerzen und Migräne. Die Hochtontherapie nach Dr. Med Mai ist eine patentierte Weiterentwicklung der Elektrotherapie von hoher Effizienz. Sie eignet sich für die Behandlung von chronischen Schmerzen wie Arthrose der Knie, Schultern oder anderer Gelenke. Ebenso gegen Polyneuropathie bei Ischias oder Bandscheibenschmerzen. In der Praxis werden auch Fußreflexzonenmassage, Schröpfen, klassische Massage und Reiki angeboten. Ich freue mich auf Ihren Besuch.